Das ist ganz einfach. Alles, was man nämlich braucht, ist eine leere Einkaufstüte oder einen leeren Einkaufskorb oder so eine leere Tartonschachtel. Und eine Sache braucht man noch, nämlich eine mystische Zahlenfolge, die ich mir selber ausgedacht habe, nämlich die 675, 845. Und das funktioniert ganz einfach. Man muss diese Zahlenfolge nämlich nur in diese leere Schachtel so reinsprechen. Also 675, 845. Und wenn man das richtig macht, dann bekommt man jetzt zum Beispiel Tafelche Polar. Also ganz einfach. Und natürlich funktioniert das auch mit Hauptspeisen. Also zum Beispiel was Italienisches. Im Prinzip ganz einfach. Und mit Nachspeisen funktioniert es auch natürlich. Also das kann man so machen. Eine Nachspeise. Einfach so. Und dann hat man was Süßes für die Nachspeise. Und kein italienisches Essen ist nun nicht perfekt ohne den dazu passenden Wein. Da ist er schon. Also ich wünsche euch viel Spaß damit und guten Appetit.